Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auch wenn ja nun die Länderspielpause ansteht, am Wochenende mal kein Spiel für unsere Mannschaft in der 2. Bundesliga ansteht, gibt es wie immer auf Schalke sehr viel zu besprechen. Wir blicken heute mal auf ein sehr ausführliches Personalupdate, auch im Hinblick auf unsere beiden Testspiele. Zudem soll es noch eine Aussprache der Mannschaft gegeben haben, zwar mit Karel Gerratz. Und dann gibt es noch rund um diese ganzen nächsten Tage natürlich auch dann nochmal Gerüchte rund um Peter Knebel und Co. Und dort werden auch die Namen Horst Held und Mirko Slomka gehandelt. Und natürlich müssen wir darüber auch mal hier und heute bei den aktuellen S04 News reden. Legen wir aber erstmal los mit dem Blick auf den Trainingsplatz, denn dort ging es ja gestern wieder los für unsere Mannschaft. Bei Nieselregen, bei nicht wirklich gutem Wetter im Parkstadion wurde trainiert und es gab ein sehr ausführliches Personalupdate vom Trainingsplatz. Denn, was erstmal gute Nachrichten waren, Cedric Brunner und Paul Seguin konnten wieder mit der Mannschaft trainieren. Bei Paul Seguin war es zuletzt krankheitsbedingt nicht möglich zu spielen. Und auch wenn er bislang alles andere als überzeugend agiert hat, ist es trotzdem gut, dass er als weitere Optionen nun wieder zur Verfügung steht. Bei Cedric Brunner war es ja auch eine längere Geschichte. Da war ja schon vorher klar, er soll in der Länderspielpause zurückkehren. Und das ist eben auch nun passiert. Er ist wieder vollkommen im Training mit dabei. Und es stehen ja in den nächsten Tagen auch zwei Testspiele an, wo wir gleich noch etwas genauer drauf schauen. Dort soll auch Cedric Brunner wieder Einsatzminuten bekommen. Ansonsten fehlte gestern Ron Schallenberg krankheitsbedingt. Auch da muss man dann sicherlich mal gucken, wie lange das der Fall sein wird. Und Kenan Karaman, Thomas Kalasch und Ralf Fährmann haben allesamt individuell trainiert. Ebenso wohl auch Tobias Mohr. Dann ist natürlich die Frage bei Kenan Karaman, wie sieht es dort aus? Denn da war nochmal ganz interessant. Sky wiederum hat berichtet, dass Karaman wegen der Kopfverletzung vom Elversbergspiel diese Woche etwas kürzer tritt. Die Watts wiederum hat berichtet, Karaman trainiert individuell, weil er die Rippenschmerzen auskurieren soll. Was auf jeden Fall feststeht, Karaman wird auf die beiden Testspiele verzichten. Dort wird er nicht zum Einsatz kommen. So viel ist dahingehend auf jeden Fall schon mal klar. Und auch Ralf Fährmann ist für die Testspiele, die in den nächsten Tagen anstehen, noch nicht fit. Er hat sich, wie man hört, beim Warmmachen gegen Elversberg eine Adduktoren-Blessur zugezogen. Also keine reine Verletzung. Aber Stand jetzt dürfte er zum Düsseldorf-Spiel in der 2. Bundesliga wieder zurückkehren. Also Fährmann ist nicht ganz so schlimm verletzt. Er wird jetzt in den Tests fehlen, aber für Düsseldorf auf jeden Fall fit sein. Das hat auch Gerald Assamon nochmal bestätigt. Wir gehen davon aus, dass er gegen Fortuna Düsseldorf wieder dabei ist. Es war muskulär. Es war schlau, dass er nicht gespielt hat gegen Elversberg. Das hätte es schlimmer machen können. Und natürlich hat uns Ralf Fährmann gegen Elversberg gefehlt. Und klar, es ist dann besser, nicht zu spielen, anstatt dann wieder mehrere Wochen auszufallen. Aber trotzdem ist es natürlich schon besorgniserregend, dass Fährmann erneut eine solche Muskelverletzung hatte. Im Training gestern mit dabei war übrigens dann dafür Justin Treichel. Ist ja unser Torhüter bei der U23, um ihm auch dann drei Keeper im Training zu haben. Und vor der gestrigen Trainingsanheit, da gab es laut den Ruhr-Nachrichten auch eine Aussprache, welche über eine halbe Stunde dauerte. Und Karre Gerrerts soll wohl dort auch einige Male laut geworden sein. Und auch das ist, finde ich, eine Maßnahme, die auch vollkommen richtig ist. Denn auch trotz der zwei zwischenzeitlichen Siege gegen Hannover und Nürnberg, war ja auch dort schon nicht alles perfekt. Und dann eben auch zu meinen gegen Elversberg. Ja, komm, kriegen wir schon hin und gucken mal, was der Gegner vielleicht kann und vielleicht aber auch nicht kann und wir gewinnen das Ding schon. Das war eben von der Einstellung her alles andere als passend. Und die Leistung war eben auch nicht gut genug. Und deswegen richtig so, das eben auch dann nochmal vor der gestrigen Trainingsanheit so klar anzusprechen. Und dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf diese zwei Testspiele, die für unsere Mannschaft anstehen, wo eben Karaman und Fährmann nicht mitwirken werden. Brunner wiederum aber schon. Denn Schalke nutzt eben diese Länderspielpause für zwei Testspiele am Mittwoch. Sprich morgen am 15.11. geht es um 14 Uhr gegen die PSV Eindhoven in der Niederlande. Und einen Tag später gibt es dann um 11 Uhr ein Testspiel gegen Padro Eisten-Mas-Mechelen aus der zweiten belgischen Liga. Die Partie in Eindhoven, die findet unzuschauer statt auf dem Trainingsgelände der PSV. Es ist noch offen, ob das Spiel auf YouTube übertragen werden kann. Am Donnerstag das Spiel findet auf dem Trainingsgelände von Schalke statt. Auch das ohne Zuschauer. Es wird aber da auf jeden Fall einen Livestream geben. Also es könnte auf jeden Fall sein, dass auch das Spiel bei der PSV gestreamt wird. Das wird aber mit den Gastgebern aktuell noch besprochen. Wird noch geprüft, ob das rein technisch eben auch möglich ist und auch vielleicht gewollt ist von der PSV oder vielleicht auch nicht. Und gegen Padro Eisten gibt es auf jeden Fall einen Livestream auf YouTube. Aber beide Spiele finden ohne Publikum statt. Und ich finde aber auch die Auswahl unserer Testspielgegner sehr interessant. Und auch interessant, dass das innerhalb von zwei Tagen stattfindet. Klar, wenn natürlich dann diese erste Woche der Länderspielpause rum ist, geht es natürlich ab nächster Woche auch klar in die Spieltagsvorbereitung für das wichtige Spiel gegen Düsseldorf. Deswegen macht es natürlich schon Sinn, das jetzt komplett in der ersten Woche so zu machen. Und natürlich zielt das auch logischerweise darauf ab, vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Denn weil du natürlich jetzt am Mittwoch und Donnerstag innerhalb von gerade mal 24 Stunden zwei Spiele machst, ist klar, da werden viele Spieler zum Einsatz kommen. Da wird sicherlich auch Karel Gerrerts noch mal ein bisschen was ausprobieren. Und das ist aber auch vollkommen richtig so. Und auch die Auswahl der Gegner als solches finde ich dann wirklich interessant. Denn die PSV Eindhoven ist in der Ehredivise aktuell Tabellenerster. Sie spielen dort eine richtig, richtig starke Saison, werden trainiert von Peter Bosz, haben eine individuell unglaublich starke Mannschaft. Und ich denke mal, damit will man auch so ein bisschen simulieren, was passiert, wenn man gegen eine spielstarke Mannschaft wie zum Beispiel den HSV, Hannover 96 oder auch St. Pauli, Fortuna Düsseldorf spielt. Und was kann man dann vielleicht auch taktisch machen? Denn am Donnerstag wiederum hat man eben dann mit Padro Eisten eine Mannschaft aus der zweiten belgischen Liga, die dort im oberen Tabellenmittelfeld mit dabei ist und somit sicherlich dann eher den Gegner simulieren soll, wo Schalke selber dann individuell gesehen der Favorit ist, das Spiel machen muss und mehr spielerische Lösungen finden muss. Und deswegen finde ich, ist die Auswahl auf jeden Fall gut. Ich finde es auch gut, dass das innerhalb von zwei Tagen ist, weil das muss dann automatisch auch bedeuten, dass nahezu jeder Spieler eine faire Chance bekommen wird, sich zu zeigen. Und ich denke mal, das macht dann im Gesamtpaket auch auf jeden Fall Sinn. Und dann blicken wir nochmal auf eine Geschichte rund um Peter Knebel, die gestern durchaus für Diskussionen gesorgt hat in Schalker Fankreisen. Und deswegen wollte ich das hier nochmal ganz gerne mit aufnehmen. Was auf jeden Fall klar ist, bei Peter Knebel läuft gerade vieles schief, denn unser Sportforscher hat sich bei einem internen Kick die Achillessehne gerissen. Er wurde letzte Woche Donnerstag in Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Bur operiert, war am Freitagmittag aber schon wieder auf der Geschäftsstelle und am Abend dann auch beim Elversbeck-Spiel in der Arena. Aber er hat sich dann eben bei diesem Betriebsfußballspiel die Achillessehne gerissen, was natürlich erstmal bitter ist. Aber eine ganz andere Geschichte, die ist dann nochmal bitterer für Peter Knebel, denn wie man wohl hört, ist eine Vertragsverlängerung über das Saison hinaus unglaublich unwahrscheinlich. Das wird wohl möglich gar nicht passieren. Und es gibt wohl jetzt auch so ein paar Tendenzen, so ein paar Geschichten rund um unsere Geschäftsstelle, die immer mehr gegen Peter Knebel stoßen, dass er umso mehr zum Sündenbock gemacht wird. Denn aus der Geschäftsstelle ist laut der Bild-Zeitung zu hören, dass eben das Kontrollgremium um den umstrittenen Boss Axel Hefer Knebel systematisch zum Sündenbock machen würde. Und das ist eben auch durchaus so gewollt, damit eben auch die eigenen Fehler von zum Beispiel Axel Hefer nicht ganz so diskutiert werden und kritisiert werden, wie zum Beispiel auch der Millionenflop mit Ex-Vorstandschef Bernd Schröder, wo es nie wirklich funktioniert hat, wo wichtige Sponsorendeals nicht geklappt haben, um da eben auch so ein bisschen von ablenken zu wollen. Denn intern soll Knebel für fast alles den Kopf hinhalten müssen und sogar den Spitznamen Schmutzfänger erhalten haben. Klar, Peter Knebel weiß wohl auch selber, dass er zu viele Fehler gemacht hat und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass auch Peter Knebel auf der Position zu viele Fehler gemacht hat. Und trotzdem ist natürlich das eine Sache, die überhaupt nicht geht. Auch Peter Knebel empfindet laut Bildinformationen einige Vorwürfe als ungerecht und inzwischen ist wohl der Druck auf ihn selber wohl auch so hoch, dass er vielleicht auch sein Aus auf Schalke selber verkünden wird. Denn es soll ja diese Analyse geben, auch mit dem neuen Vorstandsboss Matthias Tillmann. Da soll es eine umfassende Analyse von Knebel und Hechelmann geben. Aber es ist wohl schon jetzt relativ klar, dass Knebels Vertrag am Saisonende nicht verlängert wird. Und deswegen könnte es vielleicht auch sein, dass Knebel selber sagt, dass er eben dann am Saisonende aufhört. Sprich, er könnte auch selber sagen, nee, ich trete zurück. Und natürlich muss man aber jetzt bei solchen Geschichten aus Schalker-Fansicht ein bisschen aufpassen. Denn die Bild-Zeitung behauptet ja mal gerne etwas. Man darf aber auch dort tatsächlich nicht vergessen, oftmals ist eben auch was dran. Lest euch die ganzen Artikel rund um den Saisonstart durch, was dort alles behauptet wurde. Da war oftmals auch wirklich etwas dran. Das sollte man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Aber die Bild-Zeitung ist wohl auch sehr nahe dieser möglichen Opposition, die eben auch den Aufsichtsrat stürzen möchte, übertrieben gesagt. Die Kontra Axel Hefer und Co. sind. Und da kann es natürlich schon sein, dass sowas auch ganz bewusst gestreut wird. Auf der anderen Seite kann ich es mir aber auch tatsächlich einfach vorstellen. Also auch egal, wie das aktuell sich wieder anhört und wie skurril das vielleicht ist. Es ist halt auch wiederum auf der einen oder anderen Seite dann wieder typisch Schalke. Keiner gesteht seinen Fehler ein. Keiner spricht mal offen mit den Fans darüber, dass tatsächlich auch einige Dinge schiefgelaufen sind. Jeder klebt an seiner Position, an seinem Posten, will bloß nicht irgendeine Macht oder sowas abgeben. Und diese Problematiken haben wir einfach schon seit Ewigkeiten auf Schalke. Und deswegen wäre es vielleicht tatsächlich am besten, dass es einen großen Knall gibt, dass alle von diesen Verantwortlichen, Knebel, Hechelmann, auch Hefer, der Aufsichtsrat, irgendwie verändert werden würden. Das ist aber natürlich auch schwierig umzusetzen. Aber es ist schon wirklich krass, was aktuell mal wieder auf Schalke so abgeht. Und dann gab es genau dazu passend gestern auch noch eine skurrile Geschichte einer durchaus interessanten Quelle rund um Horst Held und Mirko Slomka. Denn laut Inside FFM, das ist eine Seite, die sich vor allem um Eintracht Frankfurt kümmert, aber auch rund um die 1. und 2. Bundesliga immer wieder Inside News hat, die tatsächlich seriös stimmen. Also könnt ihr auch selber beurteilen, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht. Aber Inside FFM ist eine Quelle, die schon viele Sachen erkannt hat. Und ich wollte einfach nur mal generell jetzt hier darüber sprechen, was dort eben behauptet wird. Denn dort wird geschrieben, dass es bei Schalke Tendenzen gibt, die Stellen von Peter Knebel und André Hechelmann neu zu besetzen. Als Kandidaten werden Horst Held als Sportvorstand und Mirko Slomka als Sportdirektor genannt. Denn nicht alle sind mehr von Hechelmann und Knebel überzeugt. Und deshalb gibt es innerhalb des Vereins die Bestrebungen, die Personalien Held und Slomka durchzudrücken. Also es geht tatsächlich darum, dass man beide zurückholen will. Horst Held als Sportvorstand, Mirko Slomka als Sportdirektor. Und es gibt tatsächlich diese Idee im Verein. Und es ist auf jeden Fall so, dass man beide Personalien durchdrücken will. Und auf der anderen Seite es auch schnell gehen kann. Also entweder wird man jetzt womöglich tatsächlich schon was verändern bei Hechelmann und Knebel. Oder erst nach dem Wintertransferfenster. Denn dafür ist eben auch jetzt die Planung für den Winter zu wichtig, dass man noch einige Wochen wartet. Also das sind jetzt einige Informationen, die es dort gibt von dieser Quelle, die tatsächlich seriös wirkt. Aber das ist jetzt wirklich von euch jedem selber belastend, was man da glaubt und was man nicht glaubt. Ich erachte es als komplett loses Gerücht. Da muss ich ganz ehrlich so sagen. Bei Horst Held kann ich mir das schon vorstellen, dass auch weiterhin darüber diskutiert wird, ob eine Rückkehr tatsächlich möglich ist. Das wurde ja auch schon von anderen Medien so bestätigt, dass auch auf der Geschäftsstelle immer noch sehr gut über Horst Held gesprochen wird. Und so weiter und so fort. Das kann ich mir in einer gewissen Art und Weise auch noch vorstellen. Ob das dann Sinn ergibt, ob das dann für Schalke eine gute Entscheidung wäre, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Bei Mirko Slomka kann ich es mir allerdings nicht vorstellen. Ich persönlich mag ihn als Typen. Ich habe ihn auch damals auf Schalke gemocht, wobei ich da noch sehr, sehr jung war. Und muss dazu sagen, dass ich ihn da jetzt noch nicht so richtig verfolgen konnte. Ich habe ihn vor allem dann in seiner ersten 96-Zeit kennengelernt. Habe man natürlich auch gehört, wie seine erste Zeit auf Schalke verlaufen ist. Und trotzdem war eben danach bei Mirko Slomka allein auf der Trainerebene nicht mehr allzu viel Erfolg gegeben. Beim HSV 19 Spiele, beim KSC 10 Spiele, dann wieder bei Hannover 13 Spiele. Also auf Trainerebene hat es seit 10 Jahren nicht mehr funktioniert. Und dann soll er Sportdirektor werden. In einer solch brenzligen Situation, einer Position, die er vorher noch nie hatte, kann ich mir nicht vorstellen. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Horst Held wäre in einer gewissen Art und Weise sicherlich noch realistisch, vielleicht auch möglich, dass er das selber machen würde. Aber ansonsten, ja, muss man sicherlich dann auch erstmal abwarten, was eben tatsächlich da dran ist, Knebel und Hechelmann jetzt schon oder zumindest mal zeitnah zu ersetzen. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu diesen aktuellen S04-News in die Kommentare schreiben. Es ist aktuell sehr viel los auf Schalke. Man kann über viele Themen diskutieren. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Anale Schalker. Anale Schalker.